Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem weiteren Gefecht, einem Stufe 8 Gefecht als Toptier mit Gang-Bring... Gang-Bring? Oh mein Gott. Und das sei... Bang-Bang-Gang-Bring-Gang-Gang-Bang-Bring-Bang-Bang-Bang-Bang-Gang-Bring-Bring-Bang-Bang-Bang-Bang-Gang-Bring. Was zum... Was für ein geiler Name. Naja, herzlich willkommen und natürlich hat jedes kleine Schweinchen von euch hier an Gang-Bang gedacht. Haha, das habe ich jetzt nicht gesagt. Gang-Bring von Rain. Wir haben ein wunderbares Matchmaking erwischt, wo ein Z-35, ich sage mal Gang-D-D der Deutschen... Kommt ja immer noch nicht klar mit diesem Ding, was Wargaming hier fabriziert hat. Sicherlich Fällebeute machen kann. Bin gespannt. Schauen wir uns das kleine Teil mal an. Das ist hier übrigens ein 5x1, 128 Millimeter, mit Stock 3,4 Sekunden Nachladezeit, Mini-Zerstörer mit 6 Kilometer Torpedos. 2x4 allerdings, aber das sind halt die Volkstorpedos. Ich weiß nicht, ist das Eigenkreation von mir? Ich glaube schon, die deutschen Volkstorpedos mit 13.700, die jedes deutsche Schiff hat. Machen wir vielleicht zu Beginn schon fette Beute, wir werden sehen. Wir haben hier unfassbare 6 Kilometer hydroakustische Suche und auf 6.2 Kilometer... Nein, warte mal, 5 Kilometer. Danke schön zum Einschalten und Erkennbarkeit zur Luft, gut, momentan uninteressant. 5 Kilometer hydroakustische Suche und wir haben 6 Kilometer Torpedos, 6.2 Kilometer Aufdeckungsreichweite. Das bedeutet, wir haben hier Doppelconsuming geskillt. Natürlich. Im Gegner-Team Benz Nakazuki Z-31, auch wieder so ein Quirulant. Und eine Hatsuharu. Gut, ich denke mal, nichts, was uns, wenn wir Smoke und Hydroakustische Suche bereit haben, in die Quere kommen kann. Ansonsten müssen wir es sehen. Wir haben hier den Spezial-Fuckischmock. Jetzt haben wir da. Wirkungsdauer 10. Ja, den Kurzimpuls-Nebelerzeuger. Eine weitere herausragende Änderung hier, die Wargaming reingehaut hat. Uh, unverwüstlich wurde er aktiviert. Echt? Das ist doch ein Anzeigefehler. Hallo, da ist ja noch gar nichts passiert und direkt zu Beginn unverwüstlich. Naja, nichtsdestotrotz, weil wir hier bei der Z-31 auf 5 Kilometer dran sind, die gannen wir raus. Das soll kein Problem sein. Bin gespannt, wie jetzt hier gefahren wird. So, einmal die hydroakustische Suche wird angemacht. Es wird viel AP geschossen. Die deutsche AP natürlich immer zu bevorzugen vor der deutschen HE. Da geht es nicht um Penetration, sondern einfach um den Alpha-Schaden. Wir haben 3.000 Alpha-Schaden im Vergleich zu 1.500 Alpha-Schaden bei HE. Allerdings natürlich, man muss immer die Abstriche machen. Schaut mal links und rechts auf Overpens und auf Pens. Wir haben 23 zu 20. Das müsste man sich jetzt tatsächlich durchrechnen. Natürlich überlegen gespielt. Wir haben sehr, sehr wenig verloren. Wir haben keinen einzigen Torpedo genascht, dann noch aufgemacht für einen Nürnberg, die vielleicht dahinter noch Raum kommt. Aber das ist auf der anderen Seite. Aber man weiß ja nie, wie weit und ob die das nicht nehmen. Zudem haben wir 19.400 den, wie kompletten? Jetzt ist der komplette gegnerische Dede erledigt. Das kommt übrigens davon, wenn das Gegnerteam, obwohl hier 5 zu 4 ist, keine Anstalten macht, ins Gefecht zu kommen. Ins Gefecht um das Cap. Und so kann Gang Barang hier in aller Ruhe. Und man muss einfach sagen, was zum Teufel macht die North Carolina da hinten? Ja, die Scharnhorst macht sie auch nicht besser. Die Graf Spee ist eher noch verständlich. Sie ist am nahesten, was die Cap-Designs betrifft. Also am nächsten. Und ist halt nur ein 6er im 8er. Da fährt man schon ein bisschen vorsichtiger, auch wenn man einen Heal hat und da doch was eher riskieren kann, mehr als die Nürnberg. Aber das ist natürlich wieder bezeichnend. Bezeichnend für die Teams, bezeichnend für so mancherlei Gefecht. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich vorher sagen wollte. Das ist ab 23 Overpenetrations zu 20 Penetrationen. Wie gesagt, eine Overpen macht 10% des Gesamtschadens. Das sind 600. Eine Pen macht 33%. Das sind fast 1000 oder ein bisschen mehr als 1000 bei A, B. Und das müsste man sich jetzt tatsächlich durchrechnen, ob 40 HE-Pens, das wären 500 mal 40. Gott, muss ich das jetzt wirklich im Kopf ausrechnen? Das wären theoretisch, wenn diese hier getroffen hätten, müssten es 20.000 gewesen sein. Doch, 500 mal 40. Wir haben 25.000, 0-0. Das sind 20.000. Damit wäre der gegnerische Dede erledigt gewesen. Und so haben wir auch die 19.700 geknackt. Von daher blieb es jetzt tatsächlich mit demselben Ergebnis, mit der selben Trefferquote, weil bei HE wären es immer Penetrationen gewesen. Keine Overpens. Gut, es hätte theoretisch sein können, dass es ein Nichtdurchschlag wäre, wenn die Frontpanzerung eines Turms getroffen wird beim DD. Ich glaube, der hat mehr als 32 mm, wie die deutsche HE auf 128 mm hier penetriert. Ja, das macht es nicht bei allen. Uh, das ist jetzt elegant. Die Graf Spee könnte übrigens auch Hydro anmachen. Wir werden gleich sehen, ob das gemacht wird. Ne, hat sie nicht auf. Gut, dann muss sie in Volkstorpedos bezahlen, wie es aussieht. Wird, oh, das ist jetzt natürlich bitter. Diese Insel hier, die wird entweder dafür sorgen, dass sie auffährt, oder die Graf Spee. Oh, Maisie wird sich denken, oh Gott, die Insel, die habe ich gesehen. Ich bin doch kein Noob. Ich fahre jetzt ganz elegant an der Insel vorbei. Ich glaube, er muss gar nicht schießen mit AP. Die Torpedos werden super mitgenommen. Admiral Luchens, fette Beute. Ich würde gerne sagen, sehenden Auges in den Untergang gefahren. Das wird zutreffen, wenn man gegen 410 mm der Nagato und eine High Spam in den Nürnberg hier fährt, wenn man angewinkelt ist. Wobei die auch AP schießen hätte können bald. Aber so muss man einfach erwähnen, das ist blinden Auges in den Untergang gefahren. Das ist... Das ist generell ein sehr kurioses Gefecht. Man siehe... Ah, 5 Schiffe gegen 4. Viele schon gestorben auf der Seite von Team Rot. Gut, auf unserer Seite auch der DD hier. Und dann noch ein Kreuzer. Aber auf unserer Seite zieht das Team gegen die Übermacht gut zurück. Während auf der anderen Seite, also auf unserer Seite hier bei C, das Team von Anfang an zurückgezogen hat. So, jetzt kommt der erste ernstzunehmende Gegner. Eine Benson in Kombination mit Glückstreffen der North Carolina. Ich wette mal 100% high geladen. Da bin ich gespannt. Das ist eine... Oh Gott, ist das 4x1 Benson? Ja, da kommen 5 Granaten, oder? Das ist gerade nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 5x1, okay. Es wären ernstzunehmende Gegner. Kommt immer auf den Kapitän drauf an. Ja, Support ist immer noch eher mau hier für Gangperang. Er hält C ganz alleine. Uh, der Fehler der Benson. Man kommt einfach den deutschen DDs nicht zu nahe. Es gibt Ausnahmen. Die ZF6 zum Beispiel. Da, wo kein Hydro ist, ist es auch kein Aufdecken. Das ist praktisch. Das ist mehr als praktisch. Der Vorteil bei den deutschen DDs ist ganz klar in der Versiertheit. Sagen wir so, im Baum haben wir Torpedos mit relativ guter Nachladezeit und relativ guter Reichweite. 10,5 Kilometer auf Stufe 10, auf Stufe 8 kommen wir am Minimum auf 9,5. Teilweise. Oder 9,0. Nein, oder bei manchen Premiums auch 8,0. Nichtsdestotrotz. Oder 6,0 hier. Sind sie relativ versiert. Jetzt die AP ist brauchbar dran im Nahkampf. Die Penetration ist dezenter Alpha ist gut. Haie ist nicht so prall. Allerdings haben wir den unschlagbaren Vorteil, hier nicht nur 19 Millimeter penetrieren zu können. Man muss aber auch sagen, der Gegner schiesst aber auch nicht wirklich. Also, alter Schiff, nutzt du mich verscheißer. Komm, wenn da die Salve jetzt nicht trifft. Ja, minimal. Minimal! Also der Gegner, naja, Schlachtschiff, Schlachtschiff böse, Schlachtschiff schlecht. Viele sagen, oh Gott, zwei Schlachtschiffe, die nicht in einem Clan sind, das können keine gute Spieler sein. Das stimmt nicht immer. Kann sein, dass es Anfänger sind. Kann sein, dass sie einfach momentan clanlos sind. Oder das Clan sie nicht interessiert. Manche Spieler sind dann trotzdem nicht schlecht. Und das RNG. Ihr wisst, wie es ist. All Gaming präferiert hin und wieder auch die Armen und Brotlosen. Was das Zielen betrifft. Dementsprechend kann man auch mal von einer North Carolina auf 18 Kilometer 8000 mit HE fressen. Keine Ahnung. Läuft. Aber hier sehen wir, wie gesagt, wenn man offen schießen kann. Gut, bei einer Schrotfrinte wie einer Schadenhaus ist die Bestrafung wahrscheinlich eher gering, wenn man gut vor und zurück fährt. Die Salve hätte übrigens vom Zielen her gepasst. Aber die Streuung in vertikaler Richtung ist dann noch einmal ärger, wie näher man dran ist natürlich, als die horizontale. Aber das ist ganz klar. Wenn ihr euch das Bild nicht vorstellt, wie ein Schiff schießt und mit 800 Meter pro Sekunde ist nur eine halbe Sekunde in der Luft doppelt so groß wie von vielen Schiffen, von vielen Schlachtschiffen. Die horizontale Streuung ist so bei 240, 270 und eine halbe Sekunde bei 890 Meter pro Sekunde ist dann halt schon 430. Fast, ob es so groß ist, bis die Granate 400 Meter weiter hinten einschlägt oder aufprallt auf die Wasseroberfläche. Aber, was ich vorher noch erwähnen wollte hier bei diesem eleganten Spielstil von Gangberang, wo es eigentlich nichts zu meckern gibt, außer wie gesagt anzumerken, dass der Beschuss des Gegners nicht sehr adäquat ist, nicht sehr treffsicher. Aber dafür kann Gangberang nichts und er fährt immer vor und zurück, beschleunigt und bremst ab. Von daher elegant gemacht der Smoke, obwohl vorhanden nicht so oft eingesetzt, wie er hätte können. Aber das Können ist die andere Geschichte. Können von, er wäre vorhanden in ausreichender Anzahl, was aber nicht vorhanden ist in absolut null Anzahl, ist Spotting. Ja, es ist eine Idee, es ist klar, eine Idee ist Spotting normalerweise gerne selbst für andere Schiffe, die weiter hinten sind. Wenn die anderen Schiffe so weit hinten sind, dass aber selbst wenn ein Schlachtschiff mal schießt, die nächsten 20 Sekunden nicht geöffnet bleibt, dann ist es ein kleines bisschen tragisch. Was ich vorher anmerken wollte mit HEIS, mit einer 32 mm Penetration im Vergleich zu einer 19 mm Penetration zu anderen Klassen, haben die Deutschen natürlich den Vorteil, dass selbst wenn mal nichts da ist, können sie trotzdem noch gut Schlachtschiffe abfarmen. Also nichts außer Schlachtschiffen, weil alle Schlachtschiffe eigentlich bis Stufe 10 bis jetzt, Nase und Bug, ach Bug und Heck, Nase ist Zimmer vorne, abfarmen können, weil sie das mit HEIS penetrieren und so quasi nicht darauf angewiesen sind, dass Schlachtschiffe breit zeigen, dass sie besser oder überhaupt Schaden machen können ohne Abpraller. Weil wir wissen, HEIS kennt keinen Winkel, HEIS kennt nur Panzerungsdicken, HEIS kennt auch keine Reichweite. So, jetzt bin ich gespannt. Wir sind trotz anfänglicher guter Performance so langsam ins Hintertreffen geraten. Das liegt daran, dass unsere Schiffe zwar auf A relativ gut verzögert haben, aber dann doch ein, zwei Fehler gemacht worden sind und der Pulk des Gegners Fette Beute an einzelnen Schiffen hier gefunden hat. Wir sind 6 zu 6 und punktemäßig zwar noch im Vordertreffen und jetzt nochmal ausgebaut wegen der Hatsuharu, aber der Gegner hat zwei Caps und wird höchstwahrscheinlich beräumen. Es hat ja auch keinen Sinn hier, offen ohne Deckung, unter Feuer von fünf Feindschiffen oder von vier Feindschiffen, die hier um die Ecke sind, B noch weiter zu cappen. Dieses, ich nenne es gerne Übercappen, das manche Leute betreiben, oh, wir haben B schon genommen, komm, lass rein rushen, lass nochmal cappen. Das geht halt nicht. So, oi, oi, oi. Eine bohren stehende Sinop, die langsam zurückfährt, ist natürlich auch Fette Beute. Uh, und jetzt bin ich gespannt. Die Sinop hat gesehen, oh ja, die Sinop hat gesehen, dass Gang of Rang hier ist. Gang of Rang ist aber nicht dämlich. Gang of Rang surpediert auf einen weiter fortschreitenden Kurs. Das ist natürlich super. Das ist ein 50-50, das ist ein Coin Flip. Fährt der Gegner stur zurück, weil er mich nicht gesehen hat? Fährt der Gegner weiter nach vorne, um den Torpedos auszuweichen, weil er denkt, das ist eine gute Idee und dann werfe ich sie weiter nach vorne? Das ist die Kunst des Antizipierens, des Vorausdenkens, was der Gegner höchstwahrscheinlich machen wird. Und die Problematik dabei ist immer, wie schätze ich den Gegner ein? Hat er bemerkt, dass da etwas ist? Glaubt er, ich habe Torpedos? Ist ihm das scheißegal? Weiß er nicht, was man machen müsste, um den Torpedos auszuweichen? Wie glaubt er, habe ich die Torpedos geworfen? Und so weiter und so fort. Gut, man kann sich natürlich verrückt machen und versuchen, das alles sich vorzustellen. Aber sind wir ehrlich, keiner hat die Zeit, selbst hier bei nur zwölf Gegnern, die einzelnen Schiffe und deren Kurs sich anzuschauen, um eine kleine Expertise sich bilden zu können, wie gut der Gegner fährt. Warum fährt er da rein? Das war scheiße, der ist dumm. Der hat, ob ich, in eine andere Richtung. Das ist unterm Strich, wird das, was... Ach, jetzt kommt Unverwüstlich. Wieder. Ich muss nachschauen, was das Talent Unverwüstlich macht. Zu Beginn muss es ein Fehler gewesen sein, das ist ja klar. Es sieht aus, als wäre es ein Replay-Fehler, als er die ganze Zeit Unverwüstlich zu kuriosen Dingen kommt. Also, unaufgefordert, wie lästiger Besuch. Ja. Torpedos werfen. Eine Idee, eine... Ja, jetzt würde ich sagen, Glauben für sich. Wohin werfe ich sie, dass der Gegner reinfährt? Wie man es macht, ist falsch, kommt mir hin und wieder vor. Und wenn Wargaming auch mit dem RNG abwürft, dann auch Torpedos unterliegen einem gewissen Zufallsprinzip. einer gewissen Möglichkeit, wie sie im vordefinierten Torpedo-Kegel abgeworfen werden können. Lässt gerne mal ein Schiff komplett durch. Breitseite stehend. Hammer, naja, süße Zeit. Yankerage nimmt alles mit. So mit dieser weiteren Salve soll es auch besiegelt sein. Wir holen uns den Kraken hier mit der 138.000er Salve und einem eroberten Captain. Ich glaube, King George, der wird auch noch zum Opfer fallen. Und die North Carolina, die könnte in einem gut durchdachten, ja, Angriff, man könnte sogar, ach schade, man könnte sogar bei nur noch zwei Feindschiffen es riskieren, einfach nach vorne zu pushen. Da ist allerdings Scharnhorst und North Carolina. Für beide wird es nicht reichen mit den Torpedos. Außer natürlich unser liebes Team macht auch noch ein bisschen mit. Der große Nachteil der Z35 ist, uns fehlt der Speed. Das sind Dinge, die ich bei solchen Aktionen schmerzlich vermisse. Und ich werde auch Gang Bering hat jetzt lieber einen Speed Boost, um der North Carolina ein bisschen schneller hinterher zu kommen. Allerdings auf sich entfernen, die Schiffe zu torpedieren, ist immer eine Scheißidee. Auch wenn sie hier auffahren und das möglichst breit. Ich sehe, er will es riskieren. Er könnte nebenbei noch schießen. Er könnte nebenbei noch schießen auf die North Carolina. Schafft sie es? Ne, die fährt da auch. Er wartet. Ist aufgefahren. Ja, das ist natürlich super. Das ist natürlich super. In brenzligen Situationen die Ruhe zu bewahren. Und er schießt jetzt übrigens hier auf die 32 Millimeter. Seht ihr? Mit High sind fixe Penetrationen plus Brandmöglichkeiten. Und da kommen auch noch zwei Torpedos, drei ins Ziel. Aber die braucht es nicht. Die zwei reichen vollkommen aus. Und ist auch aufgefallen, während dieses ganzen Gefechts ist meine Stimme nie entgleist. Das passiert meist nur... Also, ein Gleis ist schneller oder lauter geworden. Das passiert meist nur, wenn viel passiert in kurzer Zeit, wenn viel Action ist. Das passiert aber auch dann meistens, wenn es spannend ist. Das bedeutet nicht, dass dieses Gefecht nicht spannend war. Dieses Gefecht ist aufgrund der Leistung von Game Barang kontrolliert abgelaufen. Und wenn man etwas kontrolliert, dann hat man keine Angst, dass es zu einem negativen Ergebnis führt. Außer natürlich, wie gesagt, der Zufall. Die Überraschung ist dann groß, weil man hat etwas anderes antizipiert, etwas anderes vorhergesehen oder etwas anderes geplant. Gut, das ist vielleicht bei den meisten so. Als es dann schlussendlich rausgekommen ist. Aber dieses Gefecht war so kontrolliert und so durch Dach gespielt, es bestand eigentlich kaum die Gefahr, dass etwas Unüberlegtes passiert. Außer eine Detonation zum Beispiel. Das hätte dieses Spiel hier versauen können. Aus diesem Grund bin ich auch immer ganz ruhig geblieben. Denn wenn der Spieler weiss, was er tut, dann hat das natürlich auch Einfluss auf den, der zusieht. Der merkt das dann auch, wenn er ein kleines bisschen weiss, wie das Spiel funktioniert. Also so wie ich ein kleines bisschen. 184.544 Damage ist natürlich ein Indiz dafür, dass Gangbaring nicht nur weiss, wie das Spiel ein kleines bisschen läuft, sondern wenn er das Ergebnis öfter erzielt oder in diesem Bereich spielt und so überlegt, wie er gespielt hat, ist er wahrscheinlich ein sehr guter Spieler oder zumindest ein guter DD-Spieler. Dann, naja, werden solche Ergebnisse auch häufiger sein. Ein Kraken, ein Großkaliber, ein Unterstützer. Acht Brände. Bin gespannt. Leider wurde hier nur die Teamwertung mitgeschickt. Der Endscreen des ausführlichen Berichts wäre ideal gewesen. 3.236 Punkte im Vergleich zum zweiten 1.630, also knapp doppelt so viel, sind natürlich bezeichnend für die Leistung und für den Carry, der hier stattgefunden hat. Ein aussergewöhnliches Gefecht in einem Schiff, das man tatsächlich nicht sehr häufig sieht. Das war, und das ist lustig, das stand sogar in der E-Mail, das war aber auch mein Grund, warum ich es gewählt habe, Z-35. Sieht man nicht oft, zu Recht, zu Unrecht, das ist Geschmackssache. Ich glaube, viele mögen die NDD nicht. Einerseits ist er Premium, deswegen wird er vielleicht nur gekauft, wenn er wirklich Außergewöhnliches zu bieten hat. Aber er entfernt sich ein bisschen zu weit von der normalen Linie mit den 6-Kilometer-Torpedos, mit dem kuriosen, kurzen Wandersmog. Das gefällt wahrscheinlich vielen nichts und mancher einer findet ihn genau deswegen aufgrund der eher britischen Spielweise interessant. Was möglich ist, hat uns Gangbarang gezeigt. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen, danke schon fürs Einsenden und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Gefecht. Und ich möchte abschließen mit den Worten Gang, Bang, Gangbarang, Bang, 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 Bang,